Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Elden Ring hier auf dem YouTube-Kanal DemonGamerXP und wie immer wünsche ich euch ganz viel Spaß und eine hoffentlich gute Unterhaltung, gerade auch an die neuen Zuschauer unter euch und ja, jetzt machen wir wieder mit der Hauptstory weiter, ich bin jetzt in einer neuen Live-Aufnahme, die letzte Folge, die ich hier in dieser Live-Aufnahme gemacht habe, war eine neue Storytime-Ausgabe, von daher ist gameplaytechnisch jetzt auch nicht mehr so viel passiert, aber jetzt garantiere ich euch, machen wir definitiv hier mit der Action weiter und ich habe mir tatsächlich jetzt vorgenommen, dass wir zunächst einmal hier unsere Waffen und Geister nochmal weiter upgraden, deswegen habe ich mich auch jetzt spontan direkt zu dieser Tafelrundfeste hier geportet, sodass wir uns da mal gleich unsere Angebote einholen können, ein paar Runen haben wir ja schon, 45.000 dürften wir den einen oder anderen Aufstieg jedenfalls sicher haben und dann hätte ich gesagt, machen wir einfach hier im Mondlichtaltar weiter, ja, ich habe mir Offscreen diverse Markierungen gesetzt, insbesondere ja, da wo unser kleines Männchen drauf ist und da sind einige hier mit diesem Symbol bei, das sind dann Gebiete, die ich da noch erkunden muss, beziehungsweise wo ich mir nochmal die Gebiete nochmal explizit anschauen müsste, natürlich auch die beiden Stellen, wobei ich mir schon ziemlich sicher bin, dass das nochmal ein gesondertes Gebiet ist und hier haben wir da nochmal auch ein gesondertes Gebiet, also wir haben da noch einige gesonderte Gebiete, die uns da noch fehlen, aber das machen wir dann alles Step by Step und ich hoffe mal tatsächlich, dass ich dann mit dieser Liveaufnahme dann auch den Großteil des Mondlichtaltars mir angeschaut habe. Na gut, ich würde mal sagen, wir legen einfach mal direkt los und gehen mal zu unserer netten Geisterstimmhelferin und zu unserem Waffenschmied, ja, die ja unsere besten Freunde sind. So, und dann können wir mal gucken. Also, Stand jetzt ist ja unsere Träne auf plus 7. Wir haben ja die Geisterteil-Lilie der Stufe 8 und ja, bei 10.400 Ruhen ist halt natürlich teuer, klar, aber hilft nichts, deswegen, ich würde auf jeden Fall hier die Träne weiter aufmotzen. Ähm, wo den Kiten sollten wir aber auch weiter leveln. Wir hätten zumindest zwei Gräber-Teil-Lilien. Davon könnte ich auf jeden Fall verbrauchen. Ja, komm, machen wir mal. Wenn wir schon mal dabei sind, dann verstärken wir ihn. So, dann haben wir den schon mal zumindest auf Stufe 6, das heißt, der wird nochmal ein bisschen widerstandsfähiger und die Träne trotzen wir so weit auf, wie es nur möglich ist. Wir haben ja genügend Geisterteil-Lilien der unterschiedlichen Stufen im Inventar. So, Stufe 8, Stufe 9 und hier brauchen wir jetzt tatsächlich die große Geisterteil-Lilie. Der bringt uns, oder kostet uns in dem Fall 14.000 nochmal. Also, das ist schon mal ziemlich ordentlich, aber ich denke immer tatsächlich, dass es es wert ist. Und, ähm, ja, ich meine, man ist kein richtiger Elden-Wing-Spieler, wenn man es nicht gemacht hat. So, ich weiß, die große Geisterteil-Lilie ist wirklich was ganz Besonderes und es gibt auch nur eine begrenzte Stückzahl, die wir hier auf dieser Welt finden können. Ähm, das ist mir schon bereits bewusst. Und, ähm, es könnte vielleicht auch ein Fehlgriff ins Klo sein. Aber, ich will es trotzdem machen. Dann haben wir schon mal eine legendäre Asche zumindest auf Stufe 10 und, ähm, sind wir aber mal richtig krank ausgerüstet. Bam, Junge! Damit plus 10. Und, dass ich keinen Erfolg bekomme, finde ich ein bisschen peinlich. Aber gut, weiter geht's. Äh, wir haben ja noch ein bisschen was. Bevor jetzt der eine oder andere Kommentar komplett, ja, aber du könntest jetzt die Ruhe hier für einen weiteren Stubenaufstieg hier ausgeben. Ähm, ja, könnte ich. Aber ich bin da jetzt nicht drauf angewiesen. So, fertig ist. Ähm, ja, ich habe auch tatsächlich jetzt über die letzte Storytime-Ausgabe die eine oder andere Waffe jetzt da nochmal mit ins Inventar aufgenommen. Ähm, vielleicht kriegen wir ja die Gelegenheit hier und da, da nochmal was auszuprobieren. Den Blut- und Reißzahn, äh, 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 könnten wir aufleveln. Den giftigen Uchi-Katana könnten wir auch nochmal leveln. Boah. Ich glaube, bei dem habe ich mich noch ein bisschen gescheut. Den könnten wir tatsächlich nochmal weiter leveln. Das machen wir auch. Zumindest, dass wir diese Waffe schon mal auf die nächste Stufe bringen. Dann sind wir schon mal auf plus 16. Junge, ey. Also, ich frage mich, bis wie weit kann man dann so eine normale Standardwaffe noch leveln eigentlich? Also, wir wissen auf jeden Fall, wir haben ja ganz normale Spielsteine, ähm, der Stufe 8 beispielsweise. Das ist das Höchste, was ich habe. Ähm, den könnte man ja schon theoretisch auf plus 24 bringen. Das wäre ja schon das Maximum. Nur, ich überlege mir, wie weit geht das eigentlich noch? Wie weit geht das Ganze eigentlich noch? Er würde ja bald irgendwie noch stärker sein als unser Mondschleier. Hä? Na, ich meine ja, wie gesagt, unsere Uchi-Katana begleitet uns ja, ähm, ja, die, die Pronunciation. Uchi-Katana! Bam! Ähm, die Begleiter sind es ja schon seit Folge 1 und hat mich eigentlich bisher, muss ich sagen, noch nie so extrem im Stich gelassen. Das, äh, muss man schon anmerken hier an dieser Stelle. So. Ja, haben wir ein bisschen was ausgegeben. Ich würde mal aber nochmal kurz hier rasten. Einfach mal nochmal kurz für mich persönlich die Truhe durchgehen. Ähm, zu schauen, ob ich vielleicht mir nochmal das eine oder andere, äh, Krieg, oder die eine oder andere Kriegsasche, Waffe, etc. vielleicht nochmal aufnehmen sollte im, im, zu meinem Inventar. Mh. Aber ich glaube nicht unbedingt. Ja, das ist auch geil, ne? Es gibt eine Kriegsasche, wo du dir kein Talent gibst. Ist ja auch ziemlich interessant, muss man schon sagen. Äh, ansonsten den Skorpionsstachel habe ich ja jetzt im Inventar drin, ne? Einfach, weil das ja unsere erste Waffe ist, die wir vor kurzem entdeckt haben, die Schalafäule verursachen kann beim Gegner. Ähm, und so eine Waffe in dieser Art haben wir noch nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass es wirklich extrem krass kommen kann. Definitiv. Ähm, wir schauen mal weiter. Ansonsten habe ich ja auch noch die Schwinge von Astel. Könnte man noch hier mitnehmen, weil ich sehe in diesem Gegenstand auch ein gewisses Potenzial. Ansonsten, aber ich will ja jetzt auch nicht irgendwie, ähm, das gesamte Inventar durchgehen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, wobei ich aber auch hier schon beispielsweise hier die Riesenschwerter teilweise nutzen kann. Wenn ich mir das so angucke. Ja, ich müsste das tatsächlich mal Offscreen machen. Frostige Anker können wir auch schon verwenden. Das ist ja auch genial. Gießender Noxhammer. Okay. Ähm. So. Einmal solchen Klebe. Okidoki. Ah, ich muss das mal Offscreen einfach mal machen. Äh, schauen wir sonst noch, ob wir irgendwas noch anderes finden. Ähm. Was wir vielleicht mitnehmen könnten auf Anhieb. Ich denke mal, mit dem Meteoritenstab sind wir ganz gut bedient. Wir können den Stab des Todesprinzen mitnehmen. Ich glaube, der ist jetzt nicht unbedingt besser als, nee. Bei weitem schlechter als der Meteoritenstab. Bei weitem schlechter. So ein Schilde würde ich sagen, sind wir eigentlich momentan ganz gut aufgestellt. Äh, das können wir so belassen. Äh, in der Rüstung ist mir das eigentlich auch jetzt relativ Latte. So. Ach, nee. Warte mal. Ja. Aber. 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 Da müssen wir uns mal ein bisschen befassen, weil ich hab da jetzt, äh, über die Storytime-Ausgabe, Moment, wo hab ich jetzt mein Sternlicht, ähm, zwei neue Zauber hinzugefügt, die wir jetzt ausrüsten können. Äh, entweder Heimers Kanone, ähm, explosives magisches Geschoss in einem hohen Bogen, welches normalerweise 25 Weisheit erfordert, aber, naja, durch unsere, unsere momentane Ausrüstung sind wir ja ziemlich cool aufgestellt. Ähm. Müsste mal kurz gucken. Könnte das nehmen und stattdessen tauschen wir einfach mal die Schimmerstein-Biesel aus. Und das andere, was wir haben, ist die große Orakelblase, aber die ist für mich jetzt nicht so interessant. Ähm. Hallo Finn, cool. Ich hab dich schon vermerkt. No, wie gesagt, ähm, bei einer Live-Aufnahme, ähm, geh ich nicht so sehr auf den Chat ein. Das mach ich dann im Nachhinein. Aber ich hab dich schon wahrgenommen. So. Dann machen wir weiter. Ich trau mich jetzt einfach mal hier hin. So weit haben wir jetzt eigentlich alles gefrühstückt. Dann können wir mal gucken. Also ich hab aber, um ehrlich zu sein, jetzt auch nicht so wirklich im Plan, wie ich da jetzt am besten weiter vorgehen sollte. Ähm, ich würde einfach mal sagen, wir laufen jetzt einfach mal die Strecke entlang, weil den Abschnitt haben wir ja soweit noch gar nicht erkundet. Ähm. Hier dürften wir, glaub ich, alles mitgenommen haben. Bin mir aber nicht so sicher. Ähm, ich versuchte auch tatsächlich hier jetzt die Begegnungen mit diesen komischen Abzillen hier mit sechs Armen und riesigen Tentakeln hier zu vermeiden. Weil die so ätzend sind. Also die Geisterrufer sind ja schon ätzend genug. Da ist ein großer Bär. Ne. Das ist ein kleinerer Bär, oder? Ist das ein großer Bär? Aber das könnte... Nö. Das sieht ja nach einem kleinen Bär aus. Na komm. Den holen wir. Na komm, Süßer. Es ging relativ zügig. So. Ja, stimmt ja. Wir können ja auf unser Pferd eigentlich reiten. Warum nutze ich dieses Feature eigentlich nicht? Ähm. Okay, paar Rova-Früchte. Ansonsten haben wir hier jetzt nichts spezifisches am Start. Ja. Alter ist das Problem. Also ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwo noch in diesem Areal da noch irgendwas zu holen gibt. So. Machen wir dich erstmal zu Bärenfutter. Ne. Moment mal. Jetzt weiß ich, wo ich stehen geblieben bin. Deswegen habe ich mir auch diese Markierung gesetzt. Ne. Wir haben ja zuletzt, äh, einen Steinschwertschlüssel benutzen müssen, um uns diesen einen Gegenstand hier noch, äh, zu krallen. Die ich mir jetzt noch gar nicht, äh, eingesammelt habe. Stimmt. Und hier müssen wir jetzt auf jeden Fall nochmal kurz rein. So. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das hier war. Okay, da sind jetzt momentan auch keine Gegner für uns. Aber es waren auch nicht die gewesen. Ich glaube, das war hier hinten. Ja, ich will eigentlich jetzt, äh, vermeiden, dass mir der große Bad Boy aufkreuzt, weil der würde uns ja sowieso wieder mal niederklatschen. Ähm. Weil irgendwo konnten wir doch einen Steinschwertschlüssel aufopfern, um uns einen Zugang hier zu gewähren. Ich glaube, das müsste hier gewesen sein. Ja, genau. Das war hier. Okay. Gehen wir einfach mal direkt runter. Kann sein, dass ich vielleicht schon den Gegenstand aufgehoben... Ja, doch, habe ich. Verdammt. Das ist jetzt doof. Ne, Mann, da kämpfen wir uns mal kurz raus. So, ich hoffe, ich störe euch nicht. Tschüss. Wie gesagt, nur die Viecher sind halt wirklich so ätzend. Brauchst du hier jetzt nicht zu brüllen. Hey. Würde gerne dein Material haben. Wenn es dir recht ist. Äh. Das ist halt jetzt die Frage. Kann ich jetzt auch nicht die ganze Zeit hier so mich im Kreis bewegen. Bewegen wir uns mal ganz kurz ein bisschen weg vom Fenster. Ich stelle mir jetzt so ein bisschen die Frage, dass es hier noch irgendwas gibt, was man da noch aufheben könnte. Da noch mal irgendwie so ein Geheimgang oder ähnliches. Was man dann auch irgendwie verschlagen muss. Weiß nicht auch, was in dieser Truhe drinne war. Ne, da war dieses Himmelsbärenstein-Medaillon gewesen. Dieses Plus 2, was wir schon bereits aufgenommen haben. Ah, und da ist die. Da ist die Oberzicke. Die kann von mir aus aber auch gestohlen bleiben. Insbesondere seit unserer letzten Begegnung hier mit. Hä? Oh Gott. Ich habe gesagt, ich will mich nicht mit dir messen, okay? Lass mich hier in Ruhe. Guck mal, ich will mal kurz das Ding mitnehmen. Nein. Mich. ich will nichts mit dir zu tun haben, ja? Ist ja gut. Hey. Willst du dich eigentlich wirklich jetzt mit mir anlegen oder was? Wo ist die denn? Hä? Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, ich leide so ein bisschen an Paranoia oder? Was ist denn hier los? Okay, ist auf einmal despawned. Ja gut, es soll mir recht sein. Ich will nichts mit, ich will nichts mit solchen Kreaturen zu tun haben. Ey, die sind so eklig. Alleine schon so eklig zu bekämpfen, weil du keine Chance hast, dich irgendwie, ja, vernünftig zur Wehr setzen zu können. Wie gesagt, auch wenn ich da natürlich jetzt, äh, in der Geisterasche rufen könnte, vor Augenblick auf könnte. Wir hatten auch schon Begegnungen gehabt, wo es da nicht so glimpflich für uns verlief. Muss nicht sein. So, Fakt ist aber, was haben wir? Gut, dann dürften wir hier vermutlich jetzt auch nichts mehr Neues haben. Also, ihr könnt mir sehr, sehr gerne, wie gesagt, Feedback da lassen, wenn mir irgendwas fehlen sollte. Ich weiß, das habe ich auch schon in der letzten Folge so, ähm, erwähnt. Aber nur der Vollständigkeit halber. Ist das schon anguckt? Ey, lass gut sein. Boah, ich habe ja schon Paranoia von der letzten Begegnung. Und das war ja schon schlimm genug, als die da, ähm, ja, irgendwie so vom heiteren Himmel gefallen ist. Eger, was war das denn? Ich wusste gar nicht, dass es nochmal noch eine, noch eine stärkere Version gibt. Weil die ganz normale Königin, die kann das zum Beispiel nicht. Hier dieses, ähm, sich in einem Portal begeben und dann quasi von oben herabstürzen. Die kann das beispielsweise nicht. Na gut, also scheint tatsächlich so, als wäre da jetzt nichts mehr Spannendes bei, wenn ich mir das Ganze schon mal anschaue. Wir können ja mal ganz kurz zu diesem Lichtstrahl hier hinlaufen. Ich dachte, der würde uns irgendwas zeigen. Aber demnach so nicht der Fall. Na gut, äh, ich gucke mir nochmal, ähm, ja, nochmal ein Teilstück an, nämlich das hier. Und dann, wenn ich da auch nichts mehr finde, dann folgen wir einfach mal dem Pfad weiter, würde ich jetzt sagen. Wir haben ja noch den kleinen Abschnitt da oben, wo wir uns auf jeden Fall noch begehen können. Und dann flüssen wir mal in diese Richtung hin. Jetzt ist es irgendwie ein bisschen ungewöhnlich hier in diesem Mondlichtaltar, dass wir da halt nicht so viel finden. Sei es halt Materialien oder neue Gegenstände oder ähnliches. Also bisher hält sie sich noch relativ zurück. Was die Ausbeute hier angeht. Ich hoffe mal, das steigert sich. natürlich, je weiter wir voranschreiten. Aber man muss auch natürlich sehen, Mondlichtaltar ist ja auch schon ein recht kleines Gebiet. Verglichen mit Leulia beispielsweise. Vielleicht sehen oder haben die Entwickler dieses Gebiet jetzt auch nicht so als so krasses Gebiet gesehen, dass man da jetzt extrem viel erkunden müsste, sondern einfach nur als Mittel zum Zweck, um da die Story von Rani voranzuschreiten. Letzten Endes machen wir ja das ja. Also wir verfolgen so ein bisschen die Rani Quest, mehr oder weniger. Und die hat uns ja bis dahin hierhin geführt. Gehe ich mal davon aus. Aber jetzt, da wo Rani leider nicht mehr unter uns weil anscheinend ja haben wir nur eine leere Puppe. Ich will das nicht. Weiter geht's. Menge Schädelchen, die wir auf jeden Fall zerschlagen können, um da uns schon mal das ein oder andere Stufe 1 goldene Rühnchen zu holen. Und breit ist da auch nix, ne? Nicht mal eine Höhle oder ähnliches. Ich sag euch, das ist wirklich einfach nur so ein normales Gebiet. Wo man da einfach nur hingeht, um, wie gesagt, die Story von Rani weiter voranzuschreiten und mehr ist es dann eigentlich auch nicht. wäre es auch irgendwie nicht nicht so wirklich von der Klippe stürzen oder so. Hm. Woom ist ja auch nichts. Oh. Ist das da wieder so eine zerstörte Kirche oder sollen das sein? Hm. Ich glaube, außenrum ist ja sowieso nichts mehr, also können wir mal uns die Sachlage mal ein bisschen genauer anschauen. Was ist das? Oh, also wir sehen auf jeden Fall, dass die Kirche zwar zerstört ist, aber die ist echt groß, ne? Niemlich groß. Oh, warte mal. Ist hier die Akademie? Das ist Reihe Lucaria. Und ganz weitem. Also wenn man jetzt hier den Nebel mal außen vor lassen würde, aber das sieht man hier. Was? Okay. Sternenlichtsplitter. Hm. Okay. Kathedrale von Manus Celes. Noch mehr Sternenlichtsplitter. Warte, 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 warte. Ich muss mir mal ganz kurz Licht machen, weil wir sehen jetzt nicht so viel. Überall Sternenlichtsplitter? Tatsache. Überall liegt ein Sternenlichtsplitter? Okay, das wirft schon sehr, sehr viele Fragen auf. Da wird wahrscheinlich auch eins sein. Hier sammeln wir mal einfach mal alle Sternenlichtsplitter auf, die wir hier finden können. Ey, aber warum finden wir hier jetzt auf einmal so viele? Was ist das eigentlich überhaupt? Ziemlich komisch. Hier haben wir auch eine verlorene Gnade. Okay, wir setzen uns einmal ganz kurz hin. Nö. Also wir können nicht mit Rani sprechen. Ich dachte, die wüsste was davon. Na gut, wenn es sowieso eine leere Open Höhle ist, dann kann man eh nicht viel von erwarten. Es ist ja Vogelwild hier. Ah, okay. Hier wäre auch nochmal ein Eingang gewesen. Beziehungsweise welches uns hierhin geführt hätte. Ich dachte, diese Sternenlichtsplitter wären ja sehr selten. Ich meine, wir haben ja natürlich vereinzelt hier Umland ja was davon gefunden. Ja, so wahrscheinlich so zwei, drei, vier Stücke. Selowice hat ja auch selber gesagt, dass diese Sternenlichtsplitter, wenn man diese findet, sehr, sehr selten in diesem Spiel sind. Aber was mich ein bisschen wundert, ist einfach die Tatsache, dass wir jetzt in diesem einen Gebiet, in dieser Kathedrale, so unfassbar viele davon finden. Das ist komisch. Mondschein sieht das so maximal fett aus. Das muss ich ja immer wieder betonen. Ich stelle mir so ein bisschen die Frage, warum findet man denn jetzt so viele davon? Ich glaube, wir haben jetzt wie viele entdeckt? Neun Stück. Neun Stück allein in dieser Kathedrale. Das ist ein bisschen krass. hier haben wir ja gut, da sind wir auch schon entlang gelaufen. Was hat es mit dieser Kathedrale auf sich? Moment, kann man hier hochklettern? ist das ein Sarg? Das könnte schon danach aussehen, als wäre jemand begraben worden. Das sind ja noch mehr. Mehr Sternlichtsplitter. Wird verrückt. Wir haben jetzt schon sogar so viele, dass vereinzelte jetzt sogar ins Inventar gelandet sind. Hä? Haben wir sogar elf Stück gefunden. Nur in diesem Gebiet. Gibt es ich weiß nicht, kann man hier hochklettern? Ja, es ist tatsächlich jetzt mal wieder so eine Folge, wo man da ein bisschen mehr erkunden muss. Aber mich würde es ja schon interessieren, ob man da irgendwie noch weiter hochklettern kann oder nicht. Hm. Wie geht's runter? Okay, krass. Ja, würde ich, denke ich mal, vorschlagen, gehen wir das Ganze hier einfach in der nächsten Ausgabe an. Gut, ist halt jetzt natürlich in dieser Folge jetzt nicht so viel passiert, aber wir wissen halt natürlich jetzt nicht, was uns da unten erwartet. Und wenn da ja schon eine Gnade hier vor unserer Nase steckt, dann kann es halt schon sehr, sehr gut sein, dass ihr eventuell einen Bosskampf auf uns wartet oder ähnliches. Wir werden es sehen. Ich wäre auf jeden Fall raus für diese heutige Ausgabe. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen von Let's Play Elden Ring hier auf dem Kanal DemonGamerXP. und falls euch diese Folge gefallen haben sollte, lasst gerne eine Bewertung für dieses Video da, sei es einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar eurerseits oder auch ein Abo auf dem Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Dann sehen wir uns in der nächsten Ausgabe wieder. Habt einen wunderschönen Tag, bis dahin und haut rein. Untertitelung des ZDF,